So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo 4, zur nächsten Stunde Halo 4 oder vielleicht sogar schon zur letzten Stunde Halo 4. Ich habe mein Handy in der Hand und ich drücke jetzt starten, der Timer läuft, die Stunde läuft, wir gehen zurück. Was hatten wir letztes Mal gemacht? Wir hatten letztes Mal dieses Ding hier abgeschaltet, diesen Knotenpunkt und müssen jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Und ich merke gerade, dadurch, dass ich das hier übersprungen habe, könnte ich ein Problem bekommen haben und zwar fällt dieses Ding hier nicht rüber. Ich kann da auch nicht wirklich wieder zurückspringen, glaube ich. Und ich muss diesen Knopf da drüben drücken, damit dieser Fahrstuhl weiterfährt. Deswegen versuche ich jetzt hier so rüber zu schweben. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oder vielleicht doch? Nein, es reicht nicht ganz. Okay, dann machen wir es jetzt auf die vernünftige Weise. Ich überspringe das nicht. Ich nehme mal an, der letzte Speicherpunkt wird wieder auf dem Fahrstuhl sein. Genau, gut, dann müssen wir jetzt hier lang. Dann muss ich diesen Knopf halt doch drücken. Schade, ich dachte, ich könnte das überspringen. Ähm, ja, hier müssen wir am besten, ne? Einmal schnell hier rüber. Erstmal die fliegenden kleinen Dinger ausschalten. Danke schön. Achso, viele Gegner sind hier aber auch eigentlich gar nicht. Obwohl, da kommen gerade welche rein, glaube ich. Über mir sind auf jeden Fall welche. Hier ist ein kleiner Hund. Okay, so wirklich viele Gegner sind es wirklich nicht. Da hätte ich das auch einfach schnell machen können, glaube ich. Hätte ich jetzt weniger Zeit mit verplempert, als darüber zu springen, dass jetzt... Okay, sowieso. Also rüber zu springen und das nochmal zu machen. Oh Gott. Oh, ich muss runter, ich muss runter. Oh Gott. Ich sterbe noch, oder was? Nein, bitte nicht. Nicht nochmal sterben. M-m. M-m-m-m. Bin gerade schon gestorben. Ich will nicht direkt nochmal sterben am Anfang des Videos. Bitte. Darf nicht passieren. Okay. So, jetzt kriegen wir auch die Hunde. Nicht weglaufen, bitte. Ich mag diese Waffe ja gar nicht. Ich finde die sehr unnötig irgendwie. Komm schon. Vor allem, weil die so extrem ungenau ist. Man kann damit eigentlich gar nichts treffen irgendwie. So, jetzt kriegen wir ihn hier einmal kurz. Komm, klapp da. Oh. Bin gerade nicht so gut im Zielen irgendwie. Ist aber auch wieder mal recht früh am Morgen tatsächlich. Wo ich das hier aufnehme. Ach, komm schon. Ich muss das doch hinkriegen. So, jetzt auf geht's. Nehmen wir ihn auseinander. Oder auch nicht. Komm schon. Ach, jetzt beam dich doch nicht schon wieder weg, du Affe. Komm schon. Dankeschön. So, jetzt wollen wir die Hunde einmal kurz ausschalten. Eins. Oh, ich habe keine Muniz. Ich habe keine Munizungen in der Waffe. Come on. Dich auch noch. Sehr gut. Jetzt können wir den Knopf drücken, aber wir brauchen noch dringend neue Waffen. Der Fahrstuhl fährt jetzt weiter. Ähm, aber ich brauche echt mal eine andere Waffe. Das nervt mich so sehr mit diesen Waffen. Aber hier hängen leider keine anderen Waffen. Ich muss weiterspielen mit dieser Waffe. Och, komm schon. Die Waffe ist kacke. Bitte. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Mit so einer Gammelwaffe. Das ist auch nur diese... Ne, ist noch eine Bolzenpistole. Okay. Sogar die finde ich besser. Zack. Okay, die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich weiß, den habe ich eben schon deaktiviert. Ich möchte ja... Ich werde da jetzt nicht so rüberspringen. Okay, hier sind auch Gegner drauf. Ich habe überhaupt keine Waffen, um die irgendwie wegzumachen. Das nervt gerade wirklich ein bisschen sehr. Oh Mann. Oh Gott. Jetzt treffen die mich auch noch. Hängt da oben eine sinnvolle... Da oben hängt eine sinnvolle Waffe. Sehe ich jetzt schon. Ups. Wenn ich nur treffen würde, dann wird das auch alles... Oh. Ach komm, ey. Oh Mann. Was ist denn los mit mir? Bitte. Dankeschön. Hier nochmal ein bisschen Munition einstecken. Und dann mal rüber da auf die Plattform. Ich glaube, hinter mir ist noch einer. Aber das interessiert uns mal nicht. Ich glaube, der war hinter mir. Der hat sich hinter mich gebeamt. Aber egal. Oh. Da ist ja noch einer. Was hat der für eine Waffe? Oh. Der hat dieses... Der hat dieses gefährliche Teil. Das nehme ich jetzt mit. Super gefährlich. Ups. So. Dann deaktivieren wir einmal diesen Punkt. Ganz genau wie im ersten Teil eigentlich. Und da kommen wieder diese nervigen Teile, die ich eben schon mal weggemacht hatte, bevor ich das Video gestartet habe. Aber... Jetzt muss ich sie nochmal machen. Als wären sie nicht schon einmal nervig genug. Einer weg. Wenn ich richtige Waffen hätte, dann wäre das auch nicht so ätzend. Aber... Mit diesen Waffen ist das natürlich zum Kotzen, gegen die zu kämpfen. Ach, komm schon. Ich muss dich doch nur treffen. Bitte. War das kein Treffer? Danke. Und den auch noch. Na, der versteckt sich da hinten. Okay. Okay, dann gehen wir mal da drüben auf die Plattform und fahren zurück. Ganz schnell. Denn wir haben ja keine Zeit. Wir müssen dir die... Was hat mich da jetzt getroffen? Sind das die kleinen Dinger, die so viel Schaden machen? Komm schon. Geh kaputt. Oh Gott. Ich dachte, ich fall runter. Komm, sein Kumpel erstmal. Okay, sehr gut. So, jetzt bekommt er nämlich Angst. Dann kann ich einmal nachladen. Dann hätten wir den auch gleich. So, dankeschön. Das wäre geschafft. Jetzt können wir zurückfahren. Falls Leute auf unser Schiff springen, haben wir genau die richtige Waffe, um das... Um die aufzuhalten. Damit sie uns nicht weiter stören. Denn diese Waffe räumt mit allem auf. Eine Aufgabe für die Galaxie beschützt alle Mensch. Aber nur die Blutsweger sind ihr Meister. Aha. Cortana, woher kommt das? Woher kommt was? Sie kann es nicht mal hören. Es scheint in unserem Kopf zu sein, irgendwie. Ich registriere gar nichts, Chief. Kein gutes Zeichen. Was hat die Bibliothekarin wohl mit uns gemacht? Dass er einfach so mit uns Verbindungen aufnehmen kann? Wir wissen es noch nicht. Vielleicht werden wir es ja noch herausfinden. Wir werden sehen. Jedenfalls müssen wir erstmal heile hier wieder rauskommen. Mich wundert es, dass wir nicht angegriffen werden gerade. Ich hatte jetzt eigentlich mit Gegenwehr gerechnet. Aber irgendwie passiert hier gar nichts. Ist aber auch sehr angenehm. Dann können wir auch gleich davon düsen. Ohne groß aufgehalten zu werden. Kann ich hier schon runterspringen? Ich mache es besser nicht. Sonst sterbe ich wieder. Soll ich überhaupt da hin? Ja, ne? Ich kann auch theoretisch da oben rauf anscheinend. Schauen wir doch erstmal, was da oben ist. Bevor wir durch die richtige Tür gehen. Vielleicht ist hier ja noch ein Terminal oder so. Aber ich glaube nicht. Ne, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Oh Gott. Okay, passt. Alles super. Gehen wir weiter. Nach draußen. Hoffentlich ist unser Pelican noch da. Hoffentlich ist niemand damit abgehauen. Ich glaube aber nicht. Er wird schon noch da rumstehen. Da gehe ich von aus. Tür. Okay, da ist er. Er wurde sogar noch geschickt von jemandem gewendet. Und wir können uns jetzt eine vernünftige Waffe holen. Ich möchte die DMA, bitte. Dankeschön. Ähm, die Waffe behalte ich aber auf jeden Fall noch. Okay, und auf geht's. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Ah, da vorne. Okay. Ne. Was? Ne, da sollen wir nicht hin. No, da sollen wir hin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was hier jetzt noch kommt. Ähm. Ich wusste, dass wir das, was wir gerade gemacht haben, machen müssen. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt, ehrlich gesagt. Ähm. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Diesmal möchte ich aber doch ein paar Pelicans, glaube ich, abschießen, weil nochmal klappt das vielleicht nicht so schön miteinander. Okay, einen hätten wir. Zweiten haben wir auch gleich. Ja. Okay, dann lande ich mal. Zwei dürften eigentlich reichen, abzuschießen. Dann stelle ich den Pelican noch so hin, dass er ein bisschen, ähm, Schutz gibt vom Geschossen. Oh Gott, ich habe ihn mir in den Weg gestellt, oder? Mist. Ich muss jetzt einmal drum herum laufen, theoretisch. Oh, nicht nur theoretisch, ich muss es. Ausweichen. Ausweichen. Okay, hat geklappt. Super. Okay, dann scheint es ein ganz besonderer Raum zu sein. Datendämpfungselemente zur Steuerung der Kommunikationsströme. Wenn wir die zerstören, überfluten wir die Übertragungen des Turms. Oh, 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 das sind ja Gegner. Die Befehle des Turms zu den Schilden des Didaktikers würden einfach in Statik verschwinden. Oh nein. Oh, erst muss der Fliegende weg. Der belebt die gerade alle wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber... Oh, nicht verstecken. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervig das ist auf Legendary mit diesen Teilen. Am liebsten würde ich dieses Gerät gegen ihn ein... Ich räume mal alles aus dem Weg da vorne, so. Komm, nein, 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 nein. Nö, ich hasse die Teile. Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. So. Jetzt können wir die Hunde auseinandernehmen, wenn ich dann treffen würde. Letztes Mal war ich irgendwie präziser mit dem Ziehen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Komm schon. Dankeschön. Jetzt habe ich schon fast die ganze DMA-Munition leider verbannert. Somit die wichtigste Waffe, die ich dabei habe eigentlich. Komm schon. Mann, ich hasse die Teile. Ich brauche irgendwie eine andere Waffe. Weil meine Waffe schon leer ist. Ich habe noch einen Schuss. Cool. Ich drücke einfach den Knopf da vorne mal und gucke, was passiert. So wirklich auf mich schießen tun die ja nicht. Einfach mal drücken. Zack. Büp. Büp. Okay. Und die muss ich bestimmt... Ja. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Die müssen ich bestimmt alle unterbrechen. Die blöden Dinger. Die nerven mich so sehr. Ich muss erst mal zurücklaufen. Boah. Komm schon. Geh kaputt. Oh. Ist er wieder dahinter. Ich treffe nicht. Dankeschön. Einer weg. Jetzt noch die anderen kleinen Teile. Die sind... Ich finde die ehrlich gesagt schlimmer sogar als die anderen Fliegenteile in Halo 2 und 3. Weil die einfach immer so sich verstecken. Und laden dann ihre Schilde wieder auf. Das ist so frustrierend. Und dann beleben sie auch noch Gegner wieder. Das macht es nicht gerade besser. Ein paar kleine Hunde ausgeschaltet. Wo müssen wir eigentlich genau hin? Irgendwo wurde mir doch was markiert doch eigentlich, oder? Oder irgendwie nicht. Wieso wurde mir nichts markiert? Katana. Warum markiert sie mir nichts? Den hätten wir... Den auch. Sehr gut. So muss es sein. Oh. Ne, das will ich nicht dafür einsetzen. Die will ich mir noch ein bisschen aufsparen für große Gegner. Denn die kann ich so mit einem Schuss geschickt auseinander nehmen. Okay, da wurde uns was markiert. Sehr schön. Oh, Springer. Okay. Okay, ich springe mal kurz hier hoch. Da, springe hier kurz hoch. Verstanden? Ah, war nicht lustig. Ich habe nicht aufgeladen. Jetzt lad doch nach. Dankeschön. Oh, ne, der ist zu nah dran. Jetzt geht's. Oh, ich bin noch reingelaufen. Oh, shit. Ich hoffe, ich überlebe das. Einmal kurz meine Schilde wieder aufladen lassen. Aufladen lassen. Ah, das sind keine Springer, okay. Okay, super. Dann können wir das Ding einmal kaputt machen. Sehr gut. Auf zum nächsten Kern. Es ruckelt ein bisschen. Dafür kann ich nichts. Zack. Den hätten wir auch. Jetzt haben wir noch zwei Schuss. Ne, nur noch einen Schuss. Ah, ne, letzter Schuss schon. Schade. Das ist noch ein Springer, aber den machen wir so. Aber er hat noch sein fliegendes Ding rausgeholt. Nein, ich habe keine Munition mehr. Er belebt ihn wieder. Oh, wie ich die Dinger hasse. Es ist unfassbar. Gibt's hier nicht irgendwo eine gute Waffe? Nein, gibt's nicht. Ich habe jetzt wirklich nur noch diesen einen Schuss im Verbrennungsgewehr. Ist ja fantastisch. Würde ich aber ungern für diese Hunde verschwenden, den Schuss. Ah, hier liegt was. Yes. Sogar eine wirklich gute Waffe. Dankeschön. Mit der kann man auch mal was anrichten. Zack. Zack. Oh, oh, oh. Oh, oh. Komm schon. Dankeschön. So, noch zwei Kerne sind übrig. Gut, dass wir keinen Zeitdruck haben. So wie ich gerade spiele, würde ich jeden Wettlauf verlieren. Oh, komm schon. Vielleicht ist es doch nicht die letzte Folge. Wenn das so weitergeht, brauche ich noch ein bisschen länger für dieses Spiel. Oh. Na, kommt her. Kommt näher. Ich habe die falschen Waffen für euch. Oh, verdammt. Erstmal den Fliegenden eigentlich. So. Oh, ich muss zurück in Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Den Hund nehmen wir auch noch schnell mit. Komm schon. Einmal drum herum laufen. Ist das ein Springer, oder? Ja. Den können wir auch so ausschalten. Einmal kurz. Ich hoffe, sein Kumpel stürzt mit ab. Nee. Aber jetzt haben wir seinen Kumpel auch. So, irgendwo muss dieser Knoten sein. Ich weiß. Ich will nur kurz mal noch nach Waffen suchen irgendwie. Gut. Schalten wir diesen Knoten auch einmal schnell aus. Und kommen der Rettung näher. Hoffentlich. Yes. Da hat er es nicht mehr geschafft, sein Teil rauszuholen. Sehr gut. Und ich weiß, das klang sehr doppeldeutig gerade. Ignoriert das bitte. Zack. Zack. So langsam treffe ich auch wieder besser. Zum Glück. Das war ja frustrierend vorhin. So, einmal kurz hier ein paar Waffen abstauben. Ich hoffe, da war ein Dingsgewehr bei. Ja, da war ein Schrotgewehr bei. Äh, also Schrotgewehr im Prinzip. Oder diese Flakgun oder Streugewehr heißt das, glaube ich, im Deutschen. Ich habe mir den Namen nicht durchgelesen. Ist auch nicht so wichtig. Oh, du. Seht ihr, wie die nerven? Oh, ich hasse sie so sehr. Kommt der Hund hier hoch? Oh ja, besser. Wo ist das fliegende Teil? Komm schon. Sehr gut. Und ich glaube, das waren auch alle fliegenden Teile. Dann können wir ihn einmal wegsnipern. Wenn er sich nicht... Mann, diese Blutsväter-Kackdinger. Immer verschwinden sie hinter Deckung. Das nervt so sehr. Wenn der Spieler Multiplayer machen, ist ja okay. Aber das ist frustrierend. Okay, der Springer ist irgendwo hingesprungen. Ich weiß leider nicht, wohin. Da oben ist er. Geh einfach nur nah ran, dann kriegen wir ihn schon. Oh, okay. Geht das Ding jetzt auf, oder? Ja. Zack. Damit hätten wir auch den letzten Knotenpunkt erwischt. Und wir können weitermachen. Er vergleicht uns mit kleinen Kindern, die mit Feuer spielen. Ähm, wahrscheinlich ist der Vergleich gar nicht so schlecht. Denn, äh, tatsächlich wissen wir ja nun wirklich nicht, was wir hier eigentlich machen. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Ich hasse euch. Dankeschön. Oh, oh, nicht runterfallen. Oh. Okay. Den Springer nehmen wir auch noch schnell mit. Es läuft nicht weg von uns. Vielleicht treffen die Plasma-Granaten. Okay, das hat gesessen auf jeden Fall. Und der ist auch weg. So, wo sollten wir hin? Ach, sie hat uns schon das neue Ziel markiert. Wie schön. Wir sollen wieder nach draußen. Und erneut haben wir Hoffnung, dass unser Pelican da noch steht. Aber ich denke schon. Viel mehr weiß ich es ja eigentlich. Oh, noch mehr Springer natürlich. Zack. Zack. Und noch ein Schuss. Oh, nee. Der hat diese gefährliche Waffe, glaube ich. Oh, Mist. Der lebt ja noch. Okay. Und er hatte diese gefährliche Waffe. Nämlich das Verbrennungsgewehr, das ich jetzt auch wieder einstecken werde. Und ja. Weiter geht's. Wir begeben uns zurück zu unserem Wertenflugzeug. Der Rettung der Menschheit entgegen, hoffentlich. Tür, bitte. Du kannst uns jetzt nicht davor aufhalten. Wann schön. Diesmal steht der Pelican sogar gänzlich anders. Aber gut. Ich möchte noch mal eine DMA. Und dann kann es auch schon weitergehen. Hinein und davon. Ich werde mich nie dran gewöhnt. Cortana. Nächstes Ziel. Ach, das konnte sie jetzt doch hören. Okay. Ja, dann sag mir wohin. Ja, möchte ich ja. Okay, wo ist der Wegpunkt ganz? Da unten. Super. Dann müssen wir wieder in so ein Gewölbe hinein. Ich hoffe, da sind nicht ganz so viele von diesen Springern und Hunden und besonders von diesen Fliegeteilen. Ich hätte... Ich würde lieber mehr Springer haben, aber weniger von den Fliegeteilen. Das fände ich viel, viel angenehmer. Aber ja, der Wunsch wird mir nicht gewährt. Nehme ich an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Aber schön, wie sich das da alles so auseinanderbaut. Diese Verteidigungsspitzen, auf die wir andauernd treffen, werden von diesem Turm gesteuert. Bringen Sie mich in den Kontrollraum und wir können Sie vielleicht so ausrichten, dass Sie das Schiff des Didaktikers blockieren. Okay. Man hört, sie kämpft mit sich selbst. Ihre Stimme lässt nach. Oder nicht ihre Stimme lässt nach, aber sie spricht angespannte. Oh. So, wo sind wir jetzt? Planänderung. Hoffentlich eine gute Planänderung. Tür auf! Okay. Oh, da ist sogar ein... Ach, ich schätze, ich muss mich da reinstellen. Auf geht's nach oben! Ich dachte, ich werde so oder so vernichtet. Warum sollte ich dann einlenken? Also ehrlich. Oh, es ist wieder so eine offene... Oh Gott! Da war ein Loch im Boden. Nein! Wie doof war das denn? Wie bin ich da reingefallen? Das war so blöd. Oh Gott! Ja, hier ist ein Loch am Dings. Oh, hier fällt ja alles auseinander. Das sehe ich jetzt... Das ist mir beim ersten Mal spielen gar nicht aufgefallen. Oder es war sogar anders. Weil ich wette, es mir einfach nicht aufgefallen. So, die paar Grunts können uns ja nun mal wirklich gar nichts. Und diese zwei Grunts wahrscheinlich auch nicht. Was? Der lebt noch? Jetzt. Erstmal holen wir den vom Geschütz weg. So. Den Eliten kriegen wir auch noch ganz locker. Come on! Dankeschön. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau... Hat sie uns gerade eben gesagt, was wir hier überhaupt machen wollen? Ich glaube nicht, oder? Weil ich weiß persönlich auch nicht mehr ganz genau, was wir jetzt hier überhaupt machen wollen. Nehmen wir an, wir schalten noch so einen Knotenpunkt aus. Aber genauer gesagt weiß ich es nicht so richtig. Genauer gesagt. Eigentlich ehrlich gesagt weiß ich es nicht so richtig. Ach, komm her, du Schakal. Und du Grunt. Und du Grunt. Schön, wie ihr euch da so aufstellt. Habt viel Spaß damit. So, weiter geht's. Oh, oh, von wo kassier ich gerade? Nein, 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 nein. Oh, da wäre ich fast runtergelaufen. Einmal kurz das Schild aufladen. Ich habe auch schon wieder kaum noch Munition in meiner DMA. Und ich muss dieses Ding auch mal nachladen ganz dringend. Nicht, dass das gleiche passiert wie vorhin, dass ich noch vor dem Weg laufen muss, um nachzuladen. Da habe ich nicht so richtig Lust drauf. Na? Kämpfst du für die Propheten, hä? Nein! Mir wurde eine Plasma-Granate angehängt. Verdammt! Von wo muss ich nochmal neu machen? Okay, zum Glück nicht zu weit zurückgesetzt. Ah, natürlich. Komm schon. Ihr spielt mal ein bisschen mit der Granate hier. Hat sie sogar beide erwischt. Sehr schön. Besonders viel treffe ich mit dieser Blutsväter-Granate ja eigentlich nicht. Ähm, die habe ich jetzt aber gerade tatsächlich erwischt. So. Nein. Nein! Das gibt es doch gar nicht. Alter, was ist denn los? Oh, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ich bin von den blöden Dings runtergelaufen. Ach, kommt schon. Das muss doch besser gehen. Ah. Heute Morgen ist nicht mein Tag, habe ich das Gefühl. Aber was soll ich sagen? So ist es halt manchmal. Diesmal erwische ich auch nicht beide, oder? Super. Einen habe ich erwischt. Ich möchte hier aber eigentlich zügig mal durchgehen. So, und jetzt habe ich die erwischt, oder? Ja, jetzt habe ich die. Ne, der, der lebt noch. Ladd durch, ladd durch, ladd durch, ladd durch. Oh, der hat gar kein Schild mehr, glaube ich. Wo ist er jetzt hin? Dann kriegen wir ihn nämlich auch so. Sehr schön. Dann nehme ich mal seinen Flaggbeschutz auch mit, weil ich sowieso kaum noch Munition habe und weiß, dass da jetzt die Gegner kommen. Die ging schon mal daneben. Komm schon, komm schon. So viel kann er doch nicht aushalten. Einer ist, glaube ich, down. Ja. So, und davon dürfte auch der nicht sehr viel aushalten. Diese Waffe ist richtig stark. Komm schon. Ich glaube, das war es auch schon. Da haben wir ihn digitalisiert, oder was auch immer diese Waffen genau machen. Ähm, wir nehmen noch einen Allianz-Karabiner mit und sind wieder glücklich, weil wir wieder eine schöne Waffe haben. Und weiter geht's nach oben. Zu unserem nächsten Ziel. Äh, was genau es ist, weiß ich leider nicht mehr. Ich nehme an. Wie gesagt, wir müssen wieder so einen Knotenpunkt kaputt machen. Ah, es ist natürlich wieder so ein großer Raum, in dem wir viel kaputt machen müssen. Und hier fliegen wieder Teile rum. Oh, ein Banshee sogar. Kriegen wir auch eine eigene Banshee? Steht hier vielleicht irgendwo eine rum? Ne, ne? Da steht eine Banshee. Und das ging daneben. Fantastisch. Aber den kriegen wir auch so. Zack. Der hat leider keine Karabiner-Munition. Da steht sogar noch eine zweite Banshee. Dafür steht sogar noch eine dritte Banshee. Okay, die wollen auf jeden Fall, dass man mit Banshees fliegt anscheinend. Wow, das ging knapp an mir vorbei. Und das ging knapp an ihm vorbei. Aber den jagen wir jetzt erstmal. Mist. Ah, ich werde doch schon wieder von überall beschossen. Hört mal auf jetzt. Hey. Ist gemein. Geh, mach ich erstmal das Geschütz hier einfach weg. Schieß schon mal das nicht mehr auf mich. Autsch. Da ist doch eine Banshee irgendwo. Das sind voll viele. Oh mein Gott. Ah, ich treffe so nicht. Komm schon, geh kaputt. Jetzt trifft die mich auch noch. Ah. Deswegen wollte ich eigentlich nicht diese Waffe benutzen. Weil man super lange mit der braucht, die auszuschalten. Kann ich hier auch einfach landen? Ich muss hier ja hin eigentlich. Das könnte man eigentlich ausprobieren, ob ich hier theoretisch einfach durchgehen kann und fertig bin ich. Okay. Damit hat sich das wohl erledigt. Ist hier eine Banshee mit reingekommen? Ich dachte schon. Okay, das wäre geschafft, schätze ich. Die Waffe ist leider leer. Ich brauche dringend eine neue Waffe. Oh, wo sind wir jetzt? Ich setze dich rein. Da sehen wir den Didaktiker in seiner Kugel. Gut, wir sehen ihn nicht wirklich. Oh. Sie versucht ihn anscheinend einzufangen mit den Dingern. Ist schon okay. 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 Lichts heißen die? Genau. Vergessen. Dafür mir ja der Name nicht an. Ja, dann zeig mir, wo ich hin soll. Oh, wir fahren mit diesem Ding runter. Okay. Ah, okay. Ja. Achso, ich muss einfach springen. Okay. Dann springe ich. Auf ein Licht drauf nehme ich an. Dann sehen wir, was passiert. Oha. Ja, der Chief muss sich keine Sorgen machen um seine Gesundheit. Seine Rüstung schützt ihn eigentlich vor ziemlich so... Oder vor so ziemlich allem. Ah, und da hängt er. Das Messer hat er eigentlich neu. Okay. Ähm. Ja. Das hat er ja vorher nicht. Ich weiß nicht. Hörst halten! Sieht so aus, als würde er auf Kollisionskurs gehen. Sieht so aus, als hätte er ein anderes Schiff gefunden, wenn ihr mich fragt. Mit dem er davonfliegen kann. Ja. Wir müssen hinterher... Gut, dass wir das Jackpack nicht ausgetauscht hatten. Schätze ich. So, wo er hinspringt, das wissen wir nicht. Wir sind einfach mal mitgekommen. Er könnte zur Erde springen. Er könnte auch woanders hinspringen. Wir finden es jetzt heraus, nehme ich an. Aber Cortana fängt schon an mit ihren eigenen Dämonen. Das, was sie wahrscheinlich sonst unterdrückt oder für nicht so wichtig hält, scheint ein bisschen in den Vordergrund zu treten. Sie hinterfragt viele Dinge, die sie sonst so macht. Das stellt sich ihr in den Weg einer neutralen KI. Eigentlich neutralen KI. Die es jetzt anscheinend nicht mehr zu sein scheint. Aber gut. Nächstes Video. Wir sind angekommen, wo der Didaktiker hin wollte. Wo das ist, sehen wir gleich. Und irgendwo da hinten dran müssen auch wir hängen. Okay, ein kaputter Planet. Viele Meteoriten. Vielleicht sind es Teile des Planeten, die da rumfliegen. Können es nicht wissen. Trotana? Immer noch hier. Ein Halo? In Station 03. Hier fand die Infinity die Koordinaten für Requiem. Warum fliegen sie dann vorbei? Auf dem Ring waren wir noch nie. Weil der Erzeuger nicht auf dem Ring ist. Oh. Worauf warten sie? Diese Station rettet sich nicht von allein. Hm. Das stimmt wohl. Dafür sind wir jetzt zuständig. Wir kriegen das auch hin. Ich bin guter Dinge. Wir haben das drauf. Wir sind der Chief. Wir sind jetzt übrigens auf einem der Licht. Gerade. Falls ihr euch wundert, wo wir auf einmal sind. Die Tilsen von der Ivanov-Station werden angegriffen. Die wollen das Blutsfährte-Artefakt, das sie von dem Halo haben. Woher wissen Sie davon? Entschuldigung dafür. Das ist das Artefakt bis zu unserer Ankunft schützen. Schicken Sie. Wissen Sie, was das heraublassen ist? Unsere ersten Schachpartie gesagt hat. Kurtana. So war ich Nelly nicht mehr bei seinem Namen. Korrigier den Anzug weg. Wer sagt der ob das nicht? Allein aber. Deshalb hast du ihn gewählt, Captain. Ich bin dein größter Erfolg. Und noch hast du mich. Jetzt. Quartana schwächelt. Ihre. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau sie das gesagt hatte. Egal. Ist nicht so wichtig. Ich denke, jeder versteht, was da gerade passiert. Jedenfalls sind wir gelandet, so wie wir immer landen eigentlich in Halo. Genau, sie spaltet sich nämlich so langsam in verschiedene Persönlichkeiten auf. Die jetzt beginnen untereinander zu kämpfen. Die Evakuierung der Station einladen. Das haben wir versucht. Die Allianz hat bereits die Landungsbuchten übernommen. Wie sind Ihre Koordinaten? Ich kümmere mich dann auf dem Weg zu Ihnen um eine Evakuierungsroute. Oh, ich habe jetzt das Schild dabei anscheinend. Ich weiß nicht, wo ich das aufgehoben habe. Das ist haltbar. Oh Gott. Komm schon. Wow. Da ist ein Edit. Boah, ich bin gerade total konzentriert. Hier sind auf einmal so viele Gegner. Hier ist ein Schrotflanz. Hätte ich gern. Oh, nicht auf mich schießen. Ich muss mein Schild erstmal aufladen. Leute, hört mal auf jetzt. Kurz. Ganz kurz. Ich will nur mein Schild einmal kurz aufladen. Oh. Zack. Zack. Wo ist die Schrotflinte? Ich will die. Ich wollte die Schrotflinte. Okay, das hat auch funktioniert. Oh, hi. Und die Schrotflinte bitte. Dankeschön. So, können wir. Jetzt können wir schnell weiter. Oh. Oh, daneben. Nein, nochmal zurück. Nochmal zurück. Oh Gott. Noch einmal schnell durchladen. So, und jetzt kann es losgehen. Einmal gegen die Eliten. Die Schrotflinte wirkt auf jeden Fall Wunder. So, und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich sehe keine Markierung. Ich weiß, wo wir hin sollen, theoretisch. Ich kenne mich leider nicht so gut auf dieser Station aus. Ich weiß nur, dass ihr so einen Relikt habt. Und dass wir, oder dass wir, oder mit dem, oder nein, wie will ich das sagen? Wir wollen jedenfalls verhindern, dass der Dirk dieses Relikt bekommt. Und das haben wir jetzt vor. Ich weiß nicht, wieso der Typ da gerade vor mir gespawnt ist. Am besten sollten wir das irgendwie versuchen, auf jeden Fall. Okay, wir sollen wahrscheinlich jetzt erstmal hier diesen Punkt beschützen. Hier ausharren, bis keine Allianzler mehr hier reinkommen. Bis wir die Tür schließen können, sozusagen. Oder nicht nur sozusagen, wahrscheinlich genau so. Okay, ich brauche irgendwie eine andere Waffe. Da unten gab es eine DMA. Die hole ich mir mal ganz schnell. Oder hängt hier oben vielleicht auch eine? Ah, ne, hier liegt sie. Okay, sehr gut. Die wollte ich haben. Leute, ich helfe euch auch schon wieder. Ganz ruhig. Alles ist gut, der Chief ist da. Wir kriegen das hin. Auch wenn meine KI mittlerweile etwas verrückt spielt. Oh Gott. Ah, ich treffe den am Geschütz nicht. Jetzt. Okay, sehr gut. So. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht zu viele Gegner. Ist halt wieder so eine typische Stelle, wo man ausharren muss und Welle für Welle niederschießen muss. Bis irgendwann dann mal ein Event getriggert wird. Wie man mittlerweile aus verschiedensten Videos bei mir aushören könnte, weiß man, wie viele ich von diesen Stellen halte. Ich finde sie nämlich absolut zum Kotzen. Mass Effect 3 war voll gespickt davon. Das hat mich wirklich zu Weißglut gebracht. Dass man ständig irgendwo stehen bleiben musste und Wellen abwehren musste, damit irgendwas passiert. Das war wirklich zum Kotzen, fand ich. Ich mag Mass Effect 3 auch ganz und gar nicht. Auch wenn ich es durchgespielt habe, natürlich. Aber trotzdem, ich fand Mass Effect 3 zum Kotzen. Jetzt fahrt doch endlich mal die Schilder hoch. Das kann doch nicht sein. Wie viele muss ich denn hier noch besiegen? Ich muss einmal in Deckung. Oh nee, geh mir aus dem Weg. Oh shit, kein Schild mehr, kein Schild mehr, kein Schild mehr, kein Schild mehr. Ich muss hier weg. Oder die Tür ist zu. Nein. Jetzt hat er mich auch noch damit getroffen. Ich habe auch keine Munition mehr. Ich stehe so ein bisschen blöd eigentlich gerade. Der hat ein Schwert. Dankeschön. Also, mal ehrlich. Wirklich, danke. Das Schwert konnte ich gut gebrauchen. Oh, da ist ein Sniper. Okay, sprinten wir auch nochmal zu dem Sniper nach vorne durch. Kommt da noch ein Schiff? Ja, ne? Ich brauche das Snipergewehr eigentlich. Mist, ich wurde weggesnipert. Ich wusste es. Da vorne ist der Knopf. Scheiße. Ich hoffe, ich werde nicht zu weit zurückgesetzt. Ne, es geht eigentlich. Die beiden Eliten hatten wir gerade nur besiegt. Komm schon. Oha. Komm her. Oh, der lebt ja noch. Okay. Der Elite ist auch weg. Den Schakal kriegen wir auch ganz locker. Ja, und die beiden stehen ja jetzt ein bisschen blöd für mich. Aber hier ist ein Karabiner zum Glück. Ja, ich möchte ja. Komm schon. Fall um. Oh, Granate direkt vor mir. Oh. Oh. Okay, links vor mir. Stell dich nicht so an. Dankeschön. Ich bräuchte schon wieder neue Munition. Mir geht die ganze Zeit die Munition aus. Das ist total heftig. Granate. Und auch kein Schild mehr, leider. Und der Schwerttyp kommt auf mich zugelaufen, nehme ich an. Aber den kriegen wir. Zack. Okay, so. Jetzt können wir, glaube ich... Ich glaube, wir können jetzt die Taste mittlerweile drücken. Erstmal die Sniper kurz wegmachen. Oh, der lebt noch. Okay. Taste drücken. Drück sie doch. Und ich muss wieder in Deckung gehen. Schnell in Deckung. Ausweichen. Weg, 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 weg. Okay. Da müssen wir lang. Schnell rein da. Geh auf, Tür. Tür. Warum geht die Tür nicht auf? Wollt ihr mich ver... Hallo. Achso, ich habe mittlerweile wieder Schild. Okay, das ist auch gar nicht so schlimm. Und da ist noch ein Elite. Okay, sollen wir erstmal noch die Gegner wahrscheinlich wegmachen? Das ist kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin. Ich hoffe, die Granate trifft ein bisschen was. Die trifft nichts, leider. Okay, ich brauche irgendwie eine andere Waffe. Okay. Bekämpfen wir sie mal mit ihren eigenen Waffen. Oh, das hat ihn so getötet. Ich wusste gar nicht, dass das... Geht. So wirklich. Ist die Tür jetzt mal offen, oder? Okay, dann müssen wir den wahrscheinlich noch. Habe ich ihn erwischt? Ne. So, jetzt ist die Tür, glaube ich, offen. Ja. Okay, da kommen natürlich auch noch Eliten raus. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Ich habe ja wirklich gar nichts mehr. Ich brauche neue Waffen. Könnt ihr mir nicht antun. Oh, hier ist eine super Waffe. Die können wir auch direkt mal rausreißen und mitnehmen. Und richtig damit aufräumen. Ups. Leute, geht mir aus dem Weg. Ich muss zu dem Blutsväter-Artefakt. Ich kann es euch leider nicht überlassen. Und besonders nicht eurem neuen Chef. Denn der hat Böses vor. Böses für uns natürlich nur. Nicht für euch unbedingt. Aber für uns. Aber glaubt mir, er ist kein netter Mensch. Wie vertraut ihr ihm denn? Vor allem er ist kein Mensch. Gut, wäre schon seltsam, wenn ihr Menschen vertrauen würdet. Ich weiß. Aber warum vertraut ihr denn diesem Typen? Ich meine, der hat Vampirzähne. Und ich weiß, Vampire sind innen. Aber warum tut ihr das? Das ist blöd. So wie Twilight blöd ist. So. Wo geht's lang? Ich sehe keine neuen Markierungen. Ich schätze, ich muss da irgendwie hoch. Aber es kommt mir auch komisch vor, dass ich da hoch muss. Vielleicht muss ich da hoch. Ah, ich habe keinen Jetpack mehr dabei. Da muss doch irgendwo eine Tür sein oder irgendwas. Oder soll ich hier runter? Oh, ich habe ihn gesteckt am Kopf. Oh, das war unnötig, auf den Grunts mit dem Strahlengewehr zu schießen. Aber auch das macht nichts. Wo muss ich denn hier langen? Ich bin irgendwie total verwirrt von diesen Gängen. Mir fehlen die Wegpunkte. Mir fehlt Cortana jetzt schon. Oh, komm schon. Wir können sie doch... Wenn mir Cortana an dieser Stelle schon fehlt, dann können wir die doch... Oh Gott, wir werden gescannt gerade. Noch weiß er es nicht, ja. Die Zeit sollten wir nutzen, solange er es nicht weiß. Wir sollten uns wirklich mal ranhalten, so langsam. Oh, komm schon. Okay, den hätten wir. Oh Gott. Ah, verdammt. Der hat uns auch noch erwischt. Oh, nee. Oh, sorry, Marine. Das wollte ich nicht. Versuche es noch zu überleben, auch wenn ich die jetzt geschadet habe. Okay, einmal das Snipergewehr für den Eliten rausholen. Den hätten wir auch. Mein Snipergewehr ist aber auch fast leer, leider. Oh, die haben auch nur noch Angst. So. Ich glaube, jetzt sind wir so langsam da, wo wir eigentlich hinwollen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Und wir werden nochmal gescannt. Es kann nicht lange dauern, bis er das Ding gefunden hat. Sollten uns wirklich ranhalten. Oh, nee. Jetzt sind auch noch Hunter hier. Okay, das wird spaßig. Oh Gott. Ist ja gut. Liegt hier irgendeine nützliche Waffe? Oh, ich habe nicht wirklich was Tolles. Gut, ich habe die Schrotflinte. Die könnte ich gut gegen die Hunter einsetzen. Aber ich bin mir recht sicher, dass hier nach einer anderen nützlichen Waffe liegt. Nämlich genau die hier. Und mit der können wir vielleicht die Hunter geschickter ausschalten. Okay, ein Hunter ist down. Und komm schon. Den Hunter kriegen wir auch noch. Mist. Liegt hier noch mehr Munition für das Teil? Nee, ne? Fuck. Nein. Leider nicht. Okay, dann müssen wir... Hat er sich gerade selbst getötet? Ich glaube, der hat sich selbst getötet, oder? Gut, egal. Macht nichts. Weiter geht's. Warum sollte es auch was tun? So. Cortana. Du musst dich zusammenreißen. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Hier liegt noch eine Schrotflinte, oder? Das ist das ein... Ja, das ist eine Schrotflinte. Ach, ich habe noch eine. Okay. Ja, ich drücke. Ich drücke. Zack. Okay. Okay. Wir haben unser Ziel anscheinend erreicht. Wir werden wahrscheinlich jetzt mit der Professorin sprechen können. Ich will wirklich, dass Sie wissen, warum all das hier passiert. Denn um ehrlich zu sein, ist mir meine Objektivität im Moment keine große Hilfe. Warten Sie. Wir springen uns runter. Oh, er hat bestimmt die Mittel, um die hier wegzubringen. Kinder, bin ich mir sicher. Wir haben keine Wahl, Doktor. Wir müssen das kaputt machen. Geht's doch gar nicht. Wir haben drei Monate und das größte Schiff der UNSC gebraucht, nur um ihn hierher zu bringen. Solange Sie nicht sehr viel stärker sind, als Sie aussehen, geht er nirgendwo hin. Dann müssen wir ihn kaputt machen. Können Sie Cortana Zugang zum Vorratsverzeichnis geben? Wozu? Wenn wir den Erzeuger nicht bewegen können, müssen wir sicherstellen, dass es der Didaktiker auch nicht kann. Moment mal. Ja, das muss ziemlich schlimm für Sie klingen jetzt. Aber wir haben keine Wahl. Da sind sieben Havoc-Ausgrabungsminen. Nur eine von denen verwandelt die Basis in Schweizer Käse. Tut mir leid, Doktor. Fahren Sie mit der Evakuierung fort. Und zwar schnell, bitte. Wenn wir uns um den Erzeuger gekümmert haben, bleibt Ihnen nicht viel Zeit. Sie versteht. Wobei es wirklich hart sein muss, wenn man drei Jahre an sowas arbeitet und dann kommt jemand rein und sagt, ja, wir müssen nichts kaputt machen. Tut mir leid. Aber so ist es halt. Könnten Sie uns bei Ihrer nächsten Rettung etwas Zeit zum Packen geben? Nächstes Mal. Hoffentlich wird es ein nächstes Mal geben. Darum geht es jetzt erstmal. Auf geht's. Sie sollte nicht so viel jammern. Naja gut, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Aber wir haben Wichtiges zu erledigen. So, wo müssen wir hin? Ähm, Cortana? Ich brauche einen Wegpunkt. Da anscheinend nicht lang, denn da liegen viele Kisten im Weg herum. Scheint nur hier lang zu gehen. Ach genau, ähm, dieser Moment, ähm, ich weiß nicht, wie es euch vielleicht da geht, hat mich sehr an Matrix 3 erinnert. Denn, ähm, wir sind hier auch in so einer Riesenkammer. Ähnlich wie Xeon ja auch eine ist. Und wir müssen diese Kammer verteidigen mit solchen Mechs. Ähm, wobei... Doktor! Noch müssen wir das, glaube ich, nicht. Da vorne steht, glaube ich, noch ein Mech für mich. Den schnappe ich mir. Die Station sollte über Geschütztürme verfügen. Wenn wir sie in der Hand nehmen können, kann ich sie dazu umprogrammieren, der Evakuierung Feuerschutz zu geben. Mit dem darf ich auch nicht fahren. Okay, okay, ich schicke ihm die Koordinaten. Ah, oh, ich bin sogar direkt richtig gelaufen. Sehr schön. Tür auf, bitte. Danke. Ähm, das Ding hier? Was steht denn da drauf? Systemstatus. Irgendwas Warranty. Oh, wo kommst du denn her? Dich habe ich gar nicht gesehen. Wie ist er hier reingekommen? Na gut. Dankeschön. Scannt uns noch ein weiteres Mal. Okay. Dummerweise wird es nicht so weit kommen, mein Freund. Dafür sorge ich schon. Zack. Zack. Denn deine blöden Allianzfreunde können mir mal gar nichts. So wie es aussieht. Egal wie komisch ich hier rumtänze, treffen tun sie mich nicht. Sehr gut. Und hier ist noch ein Brunt. Komm her. Sehr gut. Gut, wir müssen jetzt zur Raketensteuerung. Äh, ja, nee, nicht zur Raketensteuerung. Wo müssen wir jetzt zur Geschützsteuerung? Die ist irgendwo hier vorne. Ich weiß gar nicht genau, wie die Allianzler hier überhaupt reingekommen sind. Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Schon irgendwie komisch. Oh Gott. Oh, nee. Die Station scheint nicht so gut geschützt zu sein. Wobei natürlich das auch eigentlich eine Forschungsstation ist. Oh mein Gott. Da habe ich aber Glück gehabt gerade mit der Granate. Ich habe auch überhaupt nicht die richtigen Waffen gerade, um gegen so viele Gegner vorzugehen. Das nervt ein bisschen. Ich lasse noch einfach mal ein paar Granaten fallen. Oder Schrotwünste kann man auch noch gut aufregen. Gehen wir einfach mal nach oben. Ich glaube, von oben gefällt es mir allgemein leichter, die ganzen abzuräumen. Und ich glaube, hier liegen vielleicht sogar noch ein paar Waffen rum. Oder auch nicht. Aber hier geht es auf jeden Fall weiter. Nee, hier soll ich doch nicht hin, oder? Sollte ich hier hin? Nein, hier sollte ich glaube ich nicht hin. Soll ich noch erstmal alle töten? Oder wo genau warte ich gerade drauf? Die Tür geht auch nicht auf. Da komme ich her. Was? Kann ich auch nicht drücken. Soll ich hier weiter oder nicht? Ich glaube, ich muss wirklich alle da unten töten. Kann das sein? Na gut, dann töten wir mal alle. Oh, den hatte ich gestickt, glaube ich sogar. Ich muss nachladen. Du gehst weg von mir. Dankeschön. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ach, da muss ich durch. Okay. Tür auf. Oder auch nicht. Ah, okay. Dankeschön. Ich glaube auch, dass manche Türen sich langsamer öffnen, denn das ist so ein bisschen die Ladezeit für das nächste Level. Denn wer es bemerkt hat, es gibt eigentlich gar keine Ladezeiten in dem Spiel. Das haben sie ganz gut umgesetzt. Das ist auch bei Xbox-Spielen generell, glaube ich, eine Rarität, dass es keine Ladezeiten gibt. Bei Playstation hat man das öfter. Zum Beispiel Uncharted hat eigentlich keine Ladezeiten. Oder so. Und dieses Spiel hat auch keine. Zack. 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 So, wo lang, Leute? Wo lang? Müssen wir hier lang? Noch ein großer Raum, wo wir viele töten müssen. Ich finde es immer noch seltsam, dass sie das wirklich Battle.net genannt haben. Aber gut. Oh, einmal kurz weg. Ich weiß gar nicht, was Blizzard dazu sagt. Oh, verdammt. Oh, shit. Da sind ja noch mehr. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Kriegen wir sie? Ja. Oh, kommt schon, du blöder Grunt. Bitte. Fall um. Ich schieße auch immer schlechter. So, erstmal machen wir den Sniper da jetzt weg. Der nervt mich. Oh, von hinten schon? Ich hoffe, die trifft. Ja, die trifft. Naja, nicht so wirklich. Okay. Gehen wir nochmal runter. Muss ich wieder diesen ganzen Raum säubern? Ja, ne? Okay. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Schmeiß einfach mal ein paar Granaten rum. Der Elite ist weg. Seit wann haben die eigentlich solche Gewehre? Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Schakane auch mit Plasmagewehren rumlaufen. Oder diesen Sturmkarabinern, meine ich. Oh, ich habe keine Granate. Mist. Ich dachte, ich hätte eine Granate. Oh, der hat sein Schwert gezogen. Ich war wenig beeindruckt, wie man gesehen hat. Tür auf, bitte. Okay, und dich auch noch. Dann sind hier drüben auch noch ein paar Gegner, die auch noch in der Schleuse sitzen, zum Glück. Den hat es erwischt. Und den auch. Och, jetzt kommen da noch mehr. Wirklich. Ich sehe doch schon rote Punkte. Das ist irgendwie blöd gerade, oder? Ich habe die schon alle abgeräumt und jetzt kommen die so nach und nach hier rein. Und ich muss wirklich auf die warten gerade. Ach, ich kann die sogar selber öffnen. Oh, ich habe sie wieder nach hinten geöffnet. Tschüss. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Fantastisch. Oh mein Gott. Wie wunderbar war das denn? Okay. Oh, wir müssen jetzt hoch. Okay. Müssen wir wirklich hoch? Ja, ich glaube schon. In diese Richtung. Diese kleinen Gänge erinnern auch so ein bisschen an Halo 1. Da musste man auch auf der Pille auf Ort und die ganze Zeit durch solche kleinen Gänge schleichen. Die sah noch nicht so kaputt aus und mit so vielen grafischen Effekten. Aber trotzdem ändert das ein bisschen daran. Geht schon auf. So, und da sind wir. Da ist einer unsichtbar an diesem Schalter. Das sehe ich doch. Wow, der hat das überlebt. Oh, ich habe ihn getroffen, aber nicht getötet. Jetzt habe ich ihn getötet. Ja, ich weiß, es ist lustig. Och, Cortana, reiß dich bitte zusammen. Ich kann doch nicht ohne dich. Hier, hatten Sie Erfolg? Cortana bringt gerade das Verteidigungsnetz online. Ich hoffe, sie bekommt es hin. Ich kann Sie hören. Wir senden die Evakuierungsbefehle. Der Sprengkopf? Wir bereiten ihn vor. Kommen Sie hoch. Wir helfen Ihnen, ihn zum Artefakt zu bringen. Okay. Na dann. Ja. Gerne. Auch wenn du nur noch ein Schatten deiner selbst bist mittlerweile. Aber gut, wir beeilen uns. Wir kriegen sie noch nach Hause. Natürlich nicht. Hier weiter durch? Nee. Hier lang. Oh, von wo werde ich getroffen? Von hier vorne nur. Okay. Laden wir noch einmal durch. Oh. Kann ich leider nicht, weil ich überhaupt keine Munition mehr für Waffen... Oh, ich habe ihn gestickt. Ha. Okay, erstmal den dicken einmal machen. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Okay, einmal zurück. Der hat Granaten in der Hand. Blöder Grunt, jetzt fall doch um. Okay, dann wäre da noch der Elite. Achso, die leben ja auch noch. Komm schon. Und jetzt noch du. Da drüben. Zack. Und weiter können wir. Da haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Hoffe ich. Tür auf. Leute. Okay, und da sind wir nämlich. Direkt vor dem Artefakt. Na gut, wir sind eben schon dran vorbeigegangen. Und wir sind nochmal gescannt. Er hat den jetzt auch gefunden, leider. Okay, ähm, wo müssen wir lang? Geht hier auf? Oh ja. Okay, wir müssen hier wohl lang. Ich hoffe, hier wird auch der Mente schon parat stehen. Tut er natürlich. Okay, sehr gut. So, das meinte ich eigentlich eben. Das erinnert mich so ein bisschen mit Matrix 3. Dass wir diesen Raum jetzt hier verteidigen müssen. Mit so einem Mech halt. Ich glaube, jeder weiß. Jeder, der Matrix 3 gesehen hat, weiß, was ich meine. Egal, was man über den Film denkt. Ja, ich finde, es erinnert wirklich ein bisschen daran. Och, komm schon, du. Die Allianz zieht alle Register. Ich glaube, die Duck könnte das theoretisch auch alleine, wenn er möchte. Ich weiß gar nicht, was das soll. Oh, da kommt das nächste Schiff. Vielleicht kriegen wir es noch kaputt, bevor es überhaupt was abwerfen kann. Das war schön. Aber ich glaube, ich bezweifle es leider. Ah. Oh, ich habe kein Schild mehr. Ich hätte aufpassen müssen. Das war nicht klug, was ich gemacht habe. Mich da so drauf zu fokussieren. Oh, nee. Nee, 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 nee. Hört mal auf jetzt. Ganz kurz. Ich will nur kurz meine Schilde wieder aufladen. Bitte. Oh, nein. Okay, wir haben es überlebt. Oh. Ich weiß nicht. Und jetzt seht ihr auch schon wieder, was ich meine. Jetzt kommt schon wieder so ein Moment, wo ich jetzt auf dieses Ding aufpassen muss, bis ich irgendwas drücken kann und eben Welle nach Welle verteidigen muss. Ich finde das blöd. Ich finde das nicht toll, dass das momentan in so vielen Spielen genauso gemacht wird. Mir macht das eigentlich nie wirklich Spaß, jetzt hier rumzugammeln und Gegner abzuschießen. Ich würde lieber ein bisschen mehr aktiven Fortschritt haben, als hier jetzt halt so rumzugammeln und Gegner abzuschießen. Oh, da ist ein Wraith. Oh, verdammt. Komm schon. Schade, dass auch Halo davon nicht befreit ist, von diesen Momenten. Finde ich persönlich zumindest schade. Was man allerdings sagen muss, im Gegensatz zu Halo Reach sind diese Momente hier nicht halb so schlimm. Bei Halo Reach hatte man Momente, wo man da wirklich stundenlang an einer Stelle rumgammelte und Welle nach Welle wegschießen musste. Das war wirklich ätzend. Besonders waren auf den höheren Schwierigkeiten. Oh, wir kriegen den Wraith noch kaputt, bevor er abgeworfen wird. Jap, der ist kaputt. Sehr gut. So stört der uns gar nicht. Oh, nee. Nicht gut. Komm schon, die Banshee müssen wir doch treffen. Okay. Wo ist die andere Banshee? Äh, der andere Ghost, meine ich. Come on. So, ein bisschen das Schild kurz aufladen. Aber hier landen auch schon wieder irgendwo welche. Ich hör's doch. Ich kann euch doch hören. Ja, hab ich mir gedacht. Aber noch seh ich sie nicht. Irgendwo. Oh, oh. Sogar richtig viele. Wow. So hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Die erste dürfte kaputt sein, ja. Oh Mist. Ich hätte vielleicht auf die schießen sollen, die mich angreifen. Okay. Die könnten wir uns auch gleich klauen, so wie der fliegt. Okay, da haben wir schon tatsächlich einige. Ging schneller, als ich dachte, die Down zu kriegen. Ich halt mal gedrückt und versuch damit eine zu treffen. Oh, die ist weg. Sehr gut. Das hat nicht getroffen. Wow. Und was hat mich da eben von der Seite beschossen? Das ist ein Grunt. Och Mensch. Jetzt hab ich kein Schild mehr. Komm schon. Oh, jetzt schickt die Banshee da blöd in die Ecke rein. Blöd für sie, aber auch irgendwie blöd für mich. Für wen es blöder ist, weiß ich nicht so genau. Die hätten wir auch. Banshee. Oh, ich spring mich gleich selbst, wenn ich so weitermache. Was macht der da? Was ist los mit dem? Wo ist was? Der Knopf? Ja, ich will auch den Knopf drücken, um die Geschütze zu aktivieren. Zeig mir den Knopf und ich drücke ihn. Ich will hier nicht mehr weiterkämpfen. Hab genug gekämpft. Nein, ich wollte nicht aussteuern. Obwohl. Ja, theoretisch brennt man im Endeffekt. Ich könnte mir mal den anderen schnappen eigentlich. Schnappen. Oh, nein. Was ist das denn? Wow. Ganz schön viele Grunts mit Plasma-Granaten. Ja, okay. Okay. Ist gut. Ist gut. Ich steige einmal um und schon hat das Ding auch kein Schild mehr. Top. Wirklich. Ja, echt mal. Wir haben nicht unendlich Zeit. Zurück zur Fahrstuhl-Plattform. Ich versuche weiterhin, sie zu erreichen. Zurück zur Fahrstuhl-Plattform. Ich glaube, die würden wir besser erreichen, wenn wir aussteigen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich glaube, ich müsste auch wieder Schild haben, wenn ich aussteige. Ich glaube, da wird mir oben das Schild des Mantis angezeigt. Okay. Ich glaube, zu Fuß sind wir einfach schneller. Ich laufe da einfach schnell rüber. Obwohl es jetzt auch still ist. Kann es sein, dass die ganzen Gegner weg sind? Wieso sind die ganzen Gegner weg? Seltsam. Okay. Sprinten wir mal da schnell hin zum Fahrstuhl. Oh. Da ging es runter. Es ist nicht eigentlich seltsam, dass da die Wand offen ist. Es aber hier irgendwie keinen Druckverlust gibt. Und auch Schwerkraft und alles herrscht. Mir kommt das irgendwie komisch vor. Also zumindest, dass hier kein Druckverlust ist. Kommt mir komisch vor. Aber na gut. Was haben wir hier noch? Nichts Interessantes. Gut. Auf zum Fahrstuhl. Lift Nummer 3. Bring uns nach oben oder unten. Ich weiß nicht. Genau wohin eigentlich. Und da sind wir auch schon. Gut, dass der Chief genau weiß, welche zwei Tasten er drücken muss. Leertaste und ich tippe auf sowas wie... Naja gut. Es sind nicht so wirklich viele Tasten auf dieser Tastatur. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir sind im Fahrstuhl und er funktioniert. Das ist entscheidend. Oh oh. Wow, okay. Und da haben wir kein Schild mehr. Aber es sieht cool aus. Was hat der Didact nur vor? Oh. Nimmt gleich die ganze halbe Station mit, so wie es aussieht. Ich schätze, er nimmt sich den... Oder er nimmt sich das Artefakt mit. Den Erzeuger. Und es scheint ihm sogar ziemlich leicht zu fallen. Vergleichsweise. Für ihn scheint es nicht so schwer zu sein. Cortana. Ja. Denk nicht an den Erzeuger. Konzentriere dich einfach darauf, Tilson zu bringen. Tilson. Sandra Kay. Weiblich. 51 Jahre alt. Doktor der Archäologie. Pegasi-Institut. Tut. Hörst du. Die Usignatur stabil auf Ebene 350. B-Deck. Gut. Also schnell runter. Jetzt müssen wir nur noch durch die Tür. Der Didact ist auf jeden Fall weg. Können ihn nicht mehr sehen. Oh, wir fahren schon nach oben. Das sehe ich jetzt erst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Da können wir jetzt auch durch die Tür. Jep. Puh. Okay. Damit ist wohl die letzte Hoffnung der Menschlichkeit. Der Menschen gestorben ein wenig. Denn der Didact hat jetzt den Erzeuger. Und ich denke, jetzt noch zum Planet Erde zu kommen, wird auch keine Schwierigkeit mehr für ihn sein. Er ist doch noch da. Er ist noch da. Cortana. Kommst du in die Verteidigungssysteme? Sie reagieren nicht. Cortana. G. S. Schießt. Die Bibliothekarin hat uns glücklicherweise Immunität gegen die Digitalisierung gegeben, schätze ich. Zumindest haben wir es überlebt. Allerdings eine andere nicht. Und ich glaube, es ist eine andere nicht. Ich habe den Datenstrom überwacht. Ich konnte sie hören. Was von ihnen übrig war. Wir müssen weiter. Sie sind alle tot. Es werden mehr, wenn der Didactiker zur Erde kommt. Sie werden eine neue KI erhalten. Vielleicht sogar eine andere Cortana, wenn Halsey es will. Das wird nicht passieren. Das werde nicht ich sein. Das wissen Sie, oder? Mach einen Broadsword in Hangar C11 startklar. Was auch immer die Bibliothekarin gemacht hat, scheint zu wirken. Cortana. Es ist noch nicht vorbei. Noch nicht. Noch nicht. Cortana spielt so ein bisschen daran, oder dahin an, dass sie ja eigentlich nur eine KI ist. Und dass ihr Verlust vielleicht ja doch gar nicht so schwerwiegend ist, wie es für sie selbst eigentlich scheint. Sie hat wahrscheinlich ein wenig das Gefühl, dass sie mehr ist, als sie für andere ist. Und, äh, sozusagen. Ich kann das schwer erklären. Jedenfalls, ähm. Ach man. Keine Ahnung. Ich finde diesen Moment auf jeden Fall schön, denn, äh. Ich kann irgendwie das gerade echt nicht so richtig in Worte fassen. Das fällt mir unglaublich schwer. Jedenfalls, was ich schön an diesem Moment auch fand, ist, dass man so ein bisschen Menschlichkeit vom Chief gesehen hat. Cortana hat Angst, dass sie einfach so ausgetauscht werden könnte. Weil sie eben eine theoretisch reproduzierbare KI ist. Allerdings wissen wir alle mittlerweile, spätestens durch dieses Spiel, dass sie ja doch deutlich mehr schon menschliche Züge hat, ähm. Ähm, als wohl die meisten anderen KIs. Ähm. Und ja. Sie hat tatsächlich Angst, verloren zu gehen und tatsächlich einfach ausgetauscht zu werden. Ähm. Schiff des Didaktikers noch 200 Kilometer entfernt. Da, wo der Chief eigentlich sonst immer kalt war. Sobald wir an Bord sind, suchen wir die Brücke. Merkt er, dass ihr schwer fällt und, äh, versucht ihr da durchzuhelfen. Ähm. Das ist was Neues für Halo. Aber die des Didaktikers schon. Und ja. Man wird sehen, wo das noch hinführt. Und wir springen dem Didaktiker jetzt hinterher. Klammen uns irgendwo an sein Schiff heran. Und folgen ihm, wohin er auch immer springen möchte. Denn angekündigt hatte das noch nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall reingeschafft. Ja. Oh. Oh ja, jetzt kommt diese Mission. Wir müssen nämlich hier jetzt einmal... Ähnlich wie in Star Wars tatsächlich einmal durch dieses Schiff fliegen. Ähm. Ich glaube, ich kriege das hin. Ich bin da nicht so schlecht dran. Sollen Geschicklichkeitssachen eigentlich. Aber wir werden sehen, wie gut es läuft. Oh Gott. Oh nein. Da geht die Wand zu. Mist, ich musste, glaube ich, oben drüber fliegen. Das fängt ja schon mal super an. Ach, komm schon. Ich sehe gerade, dass der Timer in eineinhalb Minuten ausläuft. Ähm. Ich werde mich gleich entscheiden, ob ich jetzt das Ende auch noch durchziehe. Oder ob ich jetzt dann eine Pause mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ups. Ich muss ein bisschen runterfliegen. Oh. Immer runter. In der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Dann beeil dich, Cortana. Beeil dich. So, hier muss ich nämlich, glaube ich, drüber fliegen. Einmal hier oben durch. Da kann man nicht drüber fliegen. Okay, dann muss ich unten drunter fliegen. Ach, komm schon. Beim ersten Mal habe ich das, glaube ich... Ich glaube, ich habe das beim ersten Mal viel besser hinbekommen als hier gerade. Okay, so. Jetzt aber. Also muss ich unten durch. Wo ist der Erzeuger? Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Dann mach das. Wie ist solche Immunität? Tja. Tja. Die Bibliothekarin hat sie uns geschenkt. Diese Immunität. Oh Gott. Das war knapp. Oh, nicht auf mich schießen. Ich habe schon... Oh, ich muss da drauf schießen, damit ich durch kann. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen nochmal von Anfang machen. Ach, das ist genau. Das Ding heißt übrigens Broadsword. Wer es nicht wusste. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Modell, das man in Halo Reach geflogen ist. An der einen Stelle. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ganz genau weiß ich es nicht. Tja. Aber so immun sind wir leider. Das gibt es doch gar nicht. Ich dreh gleich durch. Warum bin ich so schlecht da drin gerade? Mann. Ich habe das beim ersten Mal so gut hinbekommen. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben das im Koop gespielt. Na gut, das bezeugt nichts. Aber ich bin vor ihm weggeflogen. Vor meinem Koop-Partner. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt die ganze Zeit gegen die Wände fliege. Komm schon. Jetzt klappt das. Ich bin mir sicher. Ja, ich wurde nicht erzeugt. Denn ich bin immun. Deiner Frau oder deiner ehemaligen Frau der Bibliothek... Leute, ich würde sagen... Ich schaffe das, glaube ich, nicht mehr. Gerade. Ich bin ein wenig durch. Die Stunde ist nämlich jetzt auch, glaube ich, abgelaufen ungefähr. Ich hatte den Timer eben schon beendet in den Videosequenzen. Die Stunde müsste jetzt aber rum sein. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Auch wenn ich mich dieser Folge so ein bisschen viel aufgeregt habe irgendwie. Aber es waren auch ziemlich viele Gegner irgendwie. Aber ich bin ja trotzdem noch ganz gut durchgekommen. Diese letzte Mission hier, die kriege ich auch noch hin. Nur ich brauche jetzt, glaube ich, einfach eine Pause kurz von diesem Spiel. Und dann kriege ich das hin. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.